Das coolste an meinem Job ist, dass ich täglich mit verschiedenen Menschen in Kontakt bin und immer wieder was Neues kennenlernen. Kulturen, Reisen, Menschen. Die Einschränkung bei mir ist, dass mein Reisebüro in einem Einkaufszentrum liegt. Es hat offen von 9 bis 21 Uhr, aber dadurch wir ein gutes Team sind, teilen wir uns die Arbeitszeiten fair ein und es ist nicht so schlimm. Ich arbeite bei der TUI als Büroleiter und regionaler Vertreter. TUI ist der größte Reiseveranstalter der Welt. In Österreich haben wir viele Filialen und zu meinen Aufgaben gehören, dass ich mich um das Budget der Filiale kümmere, Dienstpläne erstelle und auch Kunden servisiere. Als Büroleiter betreue ich auch die Kunden, genauso wie meine Kollegen. Dazu erstelle ich Dienstpläne, kümmere ich mich um die Vertretungen, um die Urlaubsplanung und als regionaler Vertreter bin ich die Schnittstelle zwischen der Zentrale und den zehn Reisebüros. Ich gebe an die Büroleiter wichtige Informationen weiter über zeitlich begrenzte Aktionen und zum Beispiel auch neue Flugstrecken. Als Büroleiter sollte man zuverlässig sein, Freude in der Kommunikation mitbringen und Empathie. Dann sind die Kunden und die Mitarbeiter bestens bedient.